Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge mit mir und meiner Tochter. Wo ist sie denn überhaupt? Irgendwo hier soll sie sein. Hallo, wo bist du? Bist du hier im Kreis? Ah, hi, da bist du. Ich muss kurz meine Startseite machen. Oha, das würd ich auch gern können. Und meine Starttanz und let's go. Jetzt müssen wir noch, jetzt geht's los. Okay, das Spiel beginnt. Dein Starttanz, oh, das wollte ich auch gerade. Aber gut, naja, beim nächsten Mal dann. So, ne, das wollte ich jetzt gar nicht. Hallo? Weg damit. Jetzt sind wir wieder in diesem Turm hier. Ja. Und es sieht schon ein bisschen her, aber du kannst mir ja auf jeden Fall kleine Tipps geben, oder? Eigentlich gibt's fast keine Tipps. Man muss einfach nur, der erklärt sich mal, die gelben Person. Achso. Ich kann die eh nicht getaulernen. Der proves doppelt. Guck mal, dann haben wir hier einen Bär mit einer Maske. Noch mal eine Maske, oder hat die kein Gesicht? Ne, die hat kein Gesicht, also kein Ding. Ich finde es gruselig, wenn die Leute keinen Mund haben. Ich hab einen Mund. Du hast, du hast einen Mund jetzt, ja. Und kleiden wir noch ein bisschen an der Wange. Mhm, hab ich schon gesehen. Und im letzten Video, wenn ihr reingeschaut hattet, dann habt ihr das natürlich auch schon gesehen. Ja, bei das oder das. Was, der Käse... Was, der wird rückwärts gemacht? Ja, der wird rückwärts gemacht. Wie dann? Madame! 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 So, seit der letzte auf dem Schachtbrett steht. Ja, wir müssen halt... diese Blatte fällt gleich runter und dann müssen wir... Die verschwinden? Achso, wenn die berührt werden. Achtung, Lauf! Und eins. Ich bin runtergefallen. Bist du runtergefallen? Ja. Hast du eine wirkliche? Ja. Bist du auch runtergefallen? Ja. Okay, eine hat sie gewonnen. Aber ich... Ach, da oben ist noch eine? Ja, und die hat gewonnen. Also eine. Ah, die kommen immer wieder. Die darf jetzt vier oder drei, ich glaube vier sind. Ähm, darf sie eliminieren. Und wir müssen halt dann eine Runde gegen die anderen machen, wo auch eliminiert wird. Und dann kann sie eliminieren. Oder halt zuschauen, wenn wir nicht eliminiert worden sind. Achso, ja, ja klar. Weil am Anfang sind es ja noch mehr, egal? Ja. Und wenn wir die letzte sind von einem Parcours jetzt zum Beispiel, wenn er kommt, dann fliegen wir halt raus. Ja, na klar. Das ist logisch. Man fliegt eine raus. Oder wenn du eine gewähnt hast. Ich glaube, das hatten wir ja schon mal. Dann hatte ich die einfach dann bei der zugeschaut gehabt. Wenn du rauslegst, müssen wir zuschauen und dabei nicht rauswählen. So, dann darf sie jetzt auswählen. Wen wählt sie aus? Oh, die hat dich ausgewählt. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall schon mit dran. Ja, dann wählt ihr bestimmt auch mich, oder? Wenn sie nach dem Namen geht. Nee. Doch. Hä? Nein. Wie viel muss sie wählen? Die ist schon fertig, oder? Nein, sie ist auch gewählt. Oh nein. Jetzt ist sie erst fertig. Schade, ich habe gedacht, ihr darf nur drei. Also wir müssen jetzt gegen die anderen rachen. Auch eliminiert worden. Hoffentlich verlieren wir noch. Aber es ist ja gut, nur der letzte fliegt raus, also. Mhm. Hm? Die ersten zwei, die reinkommen. Die fliegen nicht raus. Und die anderen zwei fliegen gleich raus? Ich glaube schon. Äh, okay. Oder es fliegt einer raus, aber ich glaube, es fliegen zwei raus. Wenn ich genauso schaue. Oha, guck mal, die haben schon sechs wins. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich habe erst zwei. Erst zwei, ja. Player 6. Achso. Oh nein, wir müssen nach der Reihenfolge 1, 2, 3, 4. Weißt du, da kommen jetzt gleich so ganz verschiedene Zahlen bis 15. Mhm. Oder 20, glaube ich, war es. 25, glaube ich. Und auf jeden Fall müssen wir dann die Zahlen drücken. Nein. Es sind zwei verlassen gegangen. Also müssen wir gegen einen. Hm. Kriegen wir hin, oder? Wir müssen gegen zwei. Okay. Achtung jetzt. Was müssen wir machen? Hä? Wir haben schon gewonnen. Weil wir alle verlassen gegangen sind. Äh, was war denn das? Also wir haben eigentlich, ja, weil der verlassen gegangen ist. Achso, dann ist er einfach rausgeflogen. Ja, weil er verlassen gegangen ist. Okay. Na ja, gut. Gut, dann werden wir irgendwie sonst rausgeschoben. Das war jetzt cool. Er hat die andere umsonst nicht Mühe gegeben am Anfang. Mhm. Also ich will sagen, wenn die zwei rausgegangen sind, kommen wir auch schneller ins Finale, oder? Mhm. Dann werden wir, glaube ich, schon bald. Ich hoffe nicht, weil dieses Finale und diesen Parcours, das ist... Kanänchen. Äh. Kanänchen. Ah, da muss man erst den Schlüssel suchen, ne? Und dann die Merry Christmas-Buffrei. Du stehst hinter mir. Also passt hinter mir. Dreh mich zu dir. Hallo. Hallo. Wo sind deine Haare? Wir haben alle keine Haare. Ja. Ich bin erst mal. Okay, wo soll ich denn eigentlich gehen? Ich habe den Schlüssel. Ja, da geradeaus ist der Schlüssel. Ja. Mal gucken, wo die Merry Christmas-Buff ist. Äh, da ist einer schon nach links abgebogen. Da ist einer schon nach links abgebogen. Das hat mich kaputt, oder? Nein. Okay. Wohin? 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 Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich bin in der Sack dafür. Shit. Hast du schon einen Schlüssel? Ich habe einen, ja. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, ich fliege drauf. Nein! Ja, einer hat schon gewonnen, ja. Ich hätte fast gewonnen. Ich war vorne, Mann. Mann! Ich bin voll in die falsche Richtung gelaufen. Ja, guck da. Ach, da ist es? Ja. Egal. Ich bin da hinten, wenn du dich nach rechts dritt. Wo muss ich jetzt hin? Zu dir, oder was? Nein. Ah, okay. Die darf jetzt eliminieren. Ach, die, wo die erste dann war? Ja. Okay. Okay. Gut. Dann machen wir das doch mal so, ja. Dann werden wir vielleicht wieder nominiert. Drei Spiele darf er wieder nominieren. 60 Sekunden in der Zeit. Okay. Mal schauen. Und wieder die gleiche. Ach, bestimmt wieder mich. Was ist denn? Ich trinke mich weg. Ich trinke mich weg. Tja, auch. Ich trinke mich. Ich trinke mich weg. Ich trinke mich weg. Ich trinke mich. Ich trinke mich weg. Ja, natürlich. Ich trinke mich weg. Das ist unfair. Das ist unfair. Das ist unfair. Bestimmt nein. Mann, du musst endlich weg. Bestimmt. Bestimmt, weil du weggedrückt hast. Ich glaube auch so, weil mein Skin ein bisschen zu übertrieben ist. So sieht doch cool aus. Ja. Vielleicht, keine Ahnung. Meine Sprüche, was ist denn? Ein Buch ist mir gerade auf den Kopf gefallen. Ich kann mich selbst entschuldigen. Okay. Ersteh nicht. Oh, ey. Oh, ey. Also ich wäre davon ausgegangen, wenn du... Oh, nee. Ich hoffe, Hamadam. Wenn du liest und du während dem Lesen einschlägst und dann fällt es dir dann auf den Kopf so ein bisschen. Ach so. Weil du da eingeschlafen bist. Ich hoffe. Das magst du nicht? Du musst mir sagen, wenn da oben steht, du brauchst 30 Punkte, du musst sagen, wenn bei mir fertig steht. Sonst mache ich immer noch weiter und bin im Stress. Bei der ersten Sorge. Heute habe ich auch mal schon mal gespielt, da habe ich nicht hingeguckt und habe da bestimmt 15 mehr gemacht. Mhm. Okay. Also. Ich sag dir Bescheid. Okay. Also. Hallo, kann da eins? Komm. Komm her. Vorne links ist was. Du hast drei. Sechs hast du. Sieben. Mhm. Mach mich nicht so im Stress. Nein. Ach so, soll ich dir das nicht sagen? Doch, nur wenn ich fertig bin. Ah, okay. Wenn das steht, fertig. Okay. Auf jeden Fall hast du 20 Punkte. Der andere hat eins und die andere hat null. Gut. Ich bin hier. Also du hast auf jeden Fall Zeit. 24 hast du, 27. Du bist fertig. Ah, gut. Ich hab gewonnen. So. Der andere hat fünf und die andere hat drei. Okay. Das ist nicht so gut. Aber ich finde... Also für dich ist es gut, weil du bist jetzt dann fertig und die anderen müssen noch klopfen. Hallo. Hallo. Ich setze mich zu dir hin. Bitte? Ja, du hast Kera dabei. Ja. Ich setze vor dir. Müssen wir dann auch... dir mal dann Gassi gehen. Mhm. Aber im Moment muss ich glaube ich noch nicht, oder? Nein. Im Moment noch nicht. Wir machen natürlich auch erst dieses Video fertig. Ich... Ich merke vor dem... Boah, wie viele Dinger da jetzt schon da sind. Mhm. Guck mal, die kriegen das nicht gebacken. Guck mal, 13 kriegst du. Ja, man muss doch echt gut sein. Also... Echt? Ist es so schwer? Ich weiß es nicht. Ja, weil... Man braucht die richtige Position, aber ich hab eine sehr gute. Und der eine jetzt 22, der schafft das jetzt auch, oder? Ich denke schon. 25. Ich glaube die gelben haben drei gegeben, ne? Ja. Und das andere nur eins. Deswegen hab ich auch nur die gelben gemacht. Mhm. Mhm. Okay, der andere hat jetzt auch gewonnen. Gut, ich hab dann fertig. Ja gut, jetzt... Das ist klar, ja. So, jetzt wird sie mit dem Hammer rausgehauen. Mal gucken, was als nächstes für ein Spiel kommt. Ja. Ja. Das nächste ist keine Nominierung. Alter, du spritzt ja voll hoch. Du hast ja auch hingeschrieben. Wusstest du, dass das am Ende dieser... Das ist schon einiges, gell? 10.056 Pfund. Was ist das eigentlich Pfund? Ah, wir müssen das Goldene einfinden. Das ist wie Euro, der Dollar. Ah. Ach nee. Wir müssen das Goldene einfinden. Das hatte ich auch schon mal. Das hatten wir schon mal. Ja. Ich weiß, wo es ist. Was versuche, der letzte stehende Spieler zu sein? Ja, also die Leute, die das alle gefunden haben, die dürfen dich dann auswählen. Ich hab schon drei. Wo ist es? Wo ist es? Warte. Warte. Hey, warte. Hey, ich hab's doch hier gesehen. Oh Mann, das wird neu gemacht. Ich hab sie ja in der Rutsche. Ach ja. Ja. Ja, ich darf jetzt einen nominieren. Ich mach auf keinen Fall dich. Ich mach... Ha! Dieses Mädchen. Welches? Die Imi? Nein. Das andere kann ich nicht aussprechen. Glaube ich. Ach so, ein neues, goldenes Ei. Dach, 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 dach. Ja, ne, beim Sitz. Mhhh, nein. Mhhh. Kann ich's nehmen? Oh nein, die hat's nicht genommen. Man kann das nicht nehmen, oder? Ne, man kann's nicht nehmen. Doch, ich darf auswählen. Mhhh, jetzt kommt die da. Die Imi hab ich ausgewählt. Das wird ein neues, goldenes Ei versteckt. Da oben auf der Rutsche, äh, nicht schaukelt, mein Tisch. Okay, ich darf noch mal... Ich hab jetzt bisher angebunden. Was war denn das? Ich kenn halt schon sehr gute Verstecke von dem Ei. Ich hab's. Wo? Da hinten, hinter dem Baum. Ah. Jetzt soll ich einen auswählen? Ja, nicht mich. Ne, ich nehm den blauen da jetzt. Okay, und jetzt wird nochmal ein Ei versteckt? Mhm. Okay, jetzt bestimmt irgendwie der Baum. Ich hab's. Ah, auf der Wippe. Das hat natürlich dich nicht gewählt. Jetzt ist es bei uns, oh mein Gott, jetzt bei uns, Finale. Ich hab's. Ich hab's. Oh nein, jetzt muss ich das spielen. Ja, mach. Dann darfst du einfach Eliminierung machen. Ach so, aber du fliegst ja nicht ganz raus jetzt. Nein, nein. Ich bin grad die Rutsche hoch und dann ist es vor mir gespawnt. Ja. Dann darfst du jetzt die Leute eliminieren. Okay. Irgendwirst du nicht, oder? Nein. Nein. Sag mal. Wo komme ich denn da hin, wenn ich dich hier wählen würde? Dann würde ich vielleicht raus. Nee. Das machen wir nicht. Wie nennt man einen Bären ohne Zähne? Ein Gummibärchen. Ja, es hat keine Zähne. So. Oh, ich hab grad getrunken und dann hat er die Mitte. Okay, ich hab jetzt 60 Sekunden Zeit und muss zwei Spiele nominieren. Genau, die zwischen uns. Auf jeden Fall. Das kann ich gar nicht eliminieren. Okay. Oh, und die da. Ich würd die zwei... Dann... Die hier ist gut, gell? Ja, die da. Nehme ich einmal dich. Weil die uns auch... Soll ich die Sabrina... Sabrina... Sabrina auch nehmen oder die... Weil die... Was ist denn das für... Herd? Herde? Irgendwann. Nach Sabrina würde ich sagen, oder? Weil die ist auch sehr gut. Okay. Der andere würde ich scannen, wenn sie mit uns im Finale ist. Also wir sind auf jeden Fall im Finale. Wir zwei? Ja und die... Kann ich doch nochmal wählen oder was? Die ist x-herde. Ne, kanns nicht. Gut. Jetzt habe ich zwei Stück gewählt. Jetzt bin ich wieder hinter meinem Buzzer. Der eine ist verlassen gegangen. Wer? Irgendeiner neben dir verlassen gegangen. Kann ich das? Ja gut, kann sie ja. Also ich habe sie aber nicht gewählt, aber es ist ja blöd, wenn sie rausgeht. Oder wenn sie schon so weit gekommen ist? Ah, das hätte ich auch noch geschafft. Das hätte ich auch noch geschafft. Das ist das... Normalerweise muss man so eine Rakete zusammenbauen. Und die hat so... Muss aber nicht so längst sein. Ach, dann musst du das so hinsetzen, gell? Ja, du musst die Teile, glaube ich, holen, war das. Ja, das muss aber nicht in der Reihenfolge hingestellt werden. Also man kann auch erste Spitze machen. Hä? Wie hält dann die Spitze, wenn du erst die Spitze gemacht hast? Es ist vieler alt, keine Ahnung. Okay. Geht. Weil dann zu langsam ist... Ach, dann kommen immer die verschiedenen Teile und du musst es dann raussuchen, gell? Mhm. Was denkst du, wenn der Wind? Ich hoffe, dass die... Ich hoffe, dass die... Ja. Weil die andere war gemein, die hat uns gewählt. Mhm. Und die ziehen dich gut. Ich weiß jetzt nicht... Okay, die haben was Falsches geholt. Wieso, was Falsches? Weil es rot ist und die brauchen eine blaue Spitze. Hä? Echt jetzt? Ja, guck doch um. Wir brauchen eine blaue. Ach, du musst nach den Farben. Ah, okay. Das ist natürlich... Ah, ich verstehe. Ja, na super. Ja, ich verstehe. Nee, die ist verlassen sogar. Warum geht jetzt jeder verlassen? Das ist natürlich schon... Man kann kein Duschhaltevermögen mehr. Okay, wir sind jetzt im Finale. Oh nein. 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 Ah... Oh... Dieses Pyramiden... Entkommen der Pyramide. Das hatten wir glaubsam als allererstes... Ähm eigenlijk heißt es ähm... Eigentlich heißt es ähm... Schiffe den Pyramiden. Ach so stimmt. Die hatten da ja immer so einen Fehler drin gehabt, gell? Mhm. Oh mein Gott. Direkt den richtigen Weg. Hier. Ich hab einen. Oh nein. Ach. Oh nein, ich warte. Nein, shit. Danke. Papa, das ist ärgerlich, wenn du da einherstellst. Bist du vor mir? Oh nein. Du musst halt so im Kopf. Ich hasse diese Pfeile. Bist du bei den Pfeilen? Nein. Eine Frage, wie hast du diese logischen Pfeilen geschafft? Du musst immer auf den Strichen, wo der Boden ist, stehen bleiben. Oh nein, du hast verloren. Ich habe verloren? Also der eine hat schon gewonnen, aber hoffentlich werden wir nicht eliminiert. Spielst du nicht mal weiter oder was? Doch, aber das muss egal sein. Jetzt werden zwei eliminiert und dann fliegt einer raus. Oh nein, wenn wir zwei eliminiert werden, dann fliegt einer von uns raus. Äh, okay. Äh, ja doch, stimmt. Die muss ja jetzt zwei wählen, ja? Mhm. Stimmt. Oh nein, das ist das Mädchen, das du gewählt hast. Oh oh, hoffentlich wählt sie nicht dich. Also wenn sie jetzt uns zwei wählt, dann ist es halt leider so. Äh, dann fliegt einer von uns raus. Ja, perfekt, okay. Oh nein, oh nein. Haha. Bist du nicht ich? Natürlich nicht zu uns. Ja, okay. Ja, ja, toll. Ja. Okay. Wenn du jetzt oder ich jetzt rausfliege, müssen wir zugucken. Oh oh. Was müssen wir wohl machen? Ja, dann fliege ich safe raus. Ich bin ja nicht so gut wie du. Na gut, du spielst auch PC. Okay, ich. Tablet. Ich bin nicht gut auf dem Tablet. Ey, nee. Wenn jetzt dieser Wasserpark kommt, kriege ich es nicht auf dem Tablet. Was ist bei dem Wasserpark? Ich brauche das nicht zugleich. Wenn es kommt. Da gibt es halt immer so Dinger, wo man springt. Oh, gut. Ich weiß noch, wenn er machen muss. Dann muss man schnell klicken. Auf dem PC geht das nicht gut. Mit der Mausfinger kann man halt so ganz schnell mit der Mausruf machen. Was muss er schon machen? Da kommt gleich die Form und du musst es klicken, wo da oben abgebildet ist. Was hier oben abgebildet ist? Ja, das ist nicht so ganz schlimm. Du musst es dann klicken. Laufen sie durch das... Okay. Ich gebe dir nur einen Tipp. Lauf rückwärts aus der Zelle. Rückwärts? Ja, also halt... Der Ausgang ist genau hinter deinem Rücken. Okay, es geht los. Ach so. Oh shit. Ich muss weit halten. Ich habe es gehört. Bei was bist du? Keine Ahnung. Dreieck. Nein, du hast ge... Papa. 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 Ja. Du bist eh besser im Finale. Ach nee. Dankeschön. Und da kannst du mir wenigstens zugucken. Und dann sehen die Leute das auch. Ja. Oh, danke Papa. Die Leute denken nicht, oder? Wünsch mal, warum ist das stehen geblieben? Die denken nicht, warum? Egal. Also geh auf diese Kamera. Dann kannst du mir zugucken. Okay, jetzt bin ich im Finale. Oh, hier. Okay. Oh, danke schön. Ich gucke dir zu. Ja, wie gesagt, wenn jetzt dieses Parcours-Ding kommt, das kriege ich da nicht hin. Also, vielleicht schon, aber auf jeden Fall werde ich da nicht erst. Das ist zu schwierig. Oh, no. Das ist mein guter, das ist mein guter. Ne, das ist mein schlechter. Oh, mein Gott. Was ist das für ein Parcours? Das ist ein doofer Parcours-Ding. Doofer? Ah, okay. Kann ich nicht gut. Also nicht so gut. Der Anfang nicht. Du hast zweimal bei dem anderen gewonnen, gell? Ja, ich habe zweimal. Einmal bei dem und einmal bei dem. Auch bei dem? Ich dachte nur bei dem anderen. Nein. Okay. Also es gibt halt immer so verschiedene. Vorne ist es immer anders. Aber hinten ist meistens. Also gibt es nicht. Ja, guck diese Drehwand da. Die, boah. Da verzweifle ich manchmal. Oh nein. Ich habe es einmal, glaube ich, bis dahin geschafft. Okay, es geht los. Ich will hier zuschauen. Ich will diese 3 und diese 2 und diese 1 nicht sehen. Nein. Okay. Meine Hände schwitzen. Nein. Ich habe es direkt bekannt. Ah. Das war zu schön. Musst du wieder von vorne. Aha. Sehr schön. Sehr schön. Auf. Weiter geht's. Die anderen 2 sind hinter dir. Einer ist hinter dir. Einer ist hinter dir. Einer ist hinter dir. Einer ist hinter dir. Meiner ist hinter dir. Fleck. Nein. Ah. Kacke. Jawohl. 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 Auf. Du hast noch ein bisschen Platz. Du hast noch ein bisschen Platz. Lauf weiter. Lauf weiter. Hast du es auch schon geschafft? Ja. Jetzt. Ja. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Mach das. Dann habe ich rein. Fall ja nicht runter. Fall ja nicht runter. Ey, das leckt so bei mir. Warum leckt jetzt auf einmal alles? Hunger hin. Nein. Warum habe ich mich nicht aufgefahren? Die ist auch untergefallen. Alles gut. Cool. Wo ist die andere? Die ist direkt hinter dir. Aber die ist auch untergefallen. Also kein Stress. Wie jetzt? Wo ist die dritte? Die ist noch ganz hinten. Warte, ich gucke mal kurz. Ich bin so anstrengend. Die hat es verlassen. Also bist nur noch du und die andere da. Ey, ne. Ich bin weiter unten. Du bist weiter unten, ja. Nein, ich habe es geschafft. Mann. Aber ganz schön knapp. Ganz schön knapp. Oh Mann. Ich kann meine Finger auf. Ja. Egal. Du bist zweite. Ist doch gut. Wenn du es so siehst, bin ich dritte. Ja. Ach ne, bin ich nicht. Die andere ist hier raus. Ich bin vierter, ja. Stimmt. Und die andere fünfte. Und die andere fünfte. Ja, das interessiert jetzt keinen mehr. Ähm, oje. Selbst der vierte Platz interessiert keinen mehr. Mhm. Der hat sich umgedreht. Egal. Ich habe immerhin schon zwei. Mhm. Und sie hat jetzt den ersten Sieg, siehst du? Ja, also gönne ich sie eigentlich. Ja, ich war hier. Ich war hier. Ja. Aber was auch gehört, wie gesagt, sie ist ja auch einmal runtergefallen. Und dann ist sie aber nur noch schneller gesprungen. Also, dann war es halt ein bisschen blöd. Ja. Okay. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Like da. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao. Macht's gut.